hallo und jetzt kommt es noch in folge minecraft revolution so wir haben revolution revelation ich bin ganz unsicher revelation der relations ich habe jetzt gerade letztens so ist jetzt weiter und jetzt brauchen wir vier eisen und vier glas noch eisen 1 2 3 4 so müssen wir schon alles haben schauen wir an ordnung eisen außen ok also das zahlen die mitte und dann ist eisen außen so dann die durch der seite ich brauche noch zwei lied hat hier noch lied genau ok also jetzt zum block in die mitte wahrscheinlich ne wahrscheinlich so wird so lied keine ahnung mehr ach fast so so energie zähler jetzt müssen wir schauen ob ich das jetzt da oben hinbauen kann ok so ok jetzt haben kann man ein bisschen energie speichern alles klar so ich wollte eigentlich mal in den cobblestone oder sowas machen cobblestone generator sowas ähnliches aber ich glaube es gibt nicht wirklich sowas ähnliches doch kaffee dann war kaffee die war kaffee schon wieder kaffee ich hätte man nicht graffit wenn man kohle in die gebrannt hatte man mal kurz schauen jetzt kohle kohle durch kohle gebrannt kann da nicht graffit raus wir brauchen graffit das ok wir könnten einen krascher bauen die kraschen polisier oder mann fack toni kann zwei sachen miteinander bauen ist das so was sagen wir schauen mal manufaktorie obat kupfer eisen ok warte mal vier habe ich schon kupfer überhaupt schon verwandelt ich habe so viel kupfer aber ich habe auch nichts wirklich eingeschmolzen ich habe nichts verstanden ok wir haben viel kupfer wir haben viel kupfer wir haben viel kupfer und wieder ein pistol ein pistol ein pistol kann man in zwischenzeit bauen ähm ledstone ok eisen äh cobblestone brauchen wir äh vier und ach super eins zwei drei vier ok jetzt haben wir schon alles dafür jetzt bin ich sicher irgendwelche ob es so ist oder umgekehrt also das haus muss oben sein hier den piston hätten wir mal dann machen wir vier Lied Lied müsste eigentlich noch geschmolzen sein da geht schon was eins vier so 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 mal kurz war es jetzt so so sonst Also ich kann sicher schon wieder etwas reinwerfen hier, logisch so. Ok, also hier nochmal 2 sind gut dann hier, da wieder die 2 rein. So. Pisten und dann zwar außen herum. Jetzt bin ich gespannt ob die Maschine etwas bringt. Ok, jetzt den Grafitbaden, ob ich den improvisieren kann jetzt hier. Ich müsste das erkennen. Lass mich verarschen. Kann ich nicht, wieso nicht. Ich will mal Informationen, die Maschine das macht. Ich habe die Maschine, die ich nicht bauen kann. Überhör. Ok, was wir bauen kurz? Eine Kiste. diese Gerätschaft, die wir nicht wissen, für wann muss ich die brauchen, so. Ich werde es jetzt mal reinbauen da, so. Reinbauen, reintun, so. Also nochmal, Grafit. Grafit, Graf. Grapp, Grapp. Grafit in Gott, so. Und was kann man daraus machen? Wir können ihn pulverisieren, zu Grafit das. Ich will eigentlich auch gerne einen Crusher bauen, ganz ehrlich gesagt. Overlock-Generator. Full-Rence-Generator. Bringt er mehr, wenn er ihn gebrannt hat? Was, was Kohle. Ja, dann wieder zu überlegen, natürlich, ne. Ähm, warte mal, sehe ich das eigentlich so? Ne. Ja, dann bauen wir einen Pulverisierer, aber ganz einfach. Pulverisierer, so. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr wieder. Kupfer, 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 Kupfer-Gener. Also brauchen wir hier acht Kupfer, zwei Eisen. Also, acht Kupfer, zwei Eisen, so. Dann brauchen wir die Kupferzahnräder. So, okay, die hätten wir mal. Dann brauche ich ein Gold, zwei Redstone. Okay, ein Gold, zwei Redstone, habe ich nichts von Bayern, aber mir. Ich kann Gold zum Einschmelzen. Äh, Lid. Oh ja, Redstone noch, okay. Ich habe so einen Kupferbaum. Ich habe doch schon mal ein bisschen Kupfer reingeschmolzen, okay. Also, ein Gold, ein Gold, zwei Redstone, zwei Redstone, Cooperator. So, dann ein Maschinenverhaben noch, oder? Ne, das ist nicht das Gleiche. Maschinenblock, also okay, dann machen wir. Was ist ein Tingear? Vier TIN, ein Eisen. Vier TIN. Vier TIN, ein Eisen. Okay, wir haben anscheinend auch kein TIN. Okay. Vier TIN, vier TIN. Lithium, Iron, Nickel, Tin. Was ich alles mache, ey, unglaublich. TIN, so, einer mit. Okay, muss ganz kurz hier auf den zweiten Rechner jetzt ganz schnell die bereits heutige Folge von Star Revelle hochladen. Sonst kommt heute keine Folge. So, gut. Läuft schon. Ähm. Ähm. Ja, das geht noch nicht weiter, bis das jetzt so weit ist, ne? So, so, jetzt ist das hier. Da ist noch ein Block raus, noch hier. Also, da ist noch gar genug da. Okay. So, wir machen TIN. So, da kommt TIN, okay. Das haben wir jetzt, wie gesagt, TIN ein Eisen. Vier TIN, so, okay. So, dann geht's weiter mit vier Eisen und Glas. So, dann brauche ich einen Piston, mal wieder. Wir haben auch zu wenig Platz gerade. Ähm. Ich werde aber hier kurz einen Stack von diesen weglegen. Eins, zwei, drei, vier. So, dann brauche ich noch Flink zweimal. Habe ich Platz momentan? Nein, natürlich nicht. Ähm. So. Eins, zwei. Okay. Gut. Jetzt kann ich mir, ich glaube, das Ganze zusammensetzen. Also, das Frame. Zack, zack. Zack, zack. Und so. So, Puffesier. Darf ich mir, dass der jetzt hier wenigstens seine Sache macht? Na, endlich. Im Gegens, das. Okay, warte mal, wie war das mit dem Glenderator? Was braucht ihr denn noch? War ziemlich über dem, oder? Das heißt, wir brauchen zwei, vier, acht. Also, ich muss nur sieben durchlassen. Ziehen wir mal, Kohle verbrennen. Lachs. Ich habe fast schon gedacht, wir hätten hier sogar noch gehabt. Oh, wisst ihr was? Warte mal. Wir haben hier Holzkohle. Wir werden das kurz auswecken. Oh, nein. Fünfter. Gut. Dann bringe ich die mal wieder. Ich kann eh alles mit dem anderen. Ja, alles angezeigt, wie das ist. Das ist echt gut, aber muss ich sagen. Hier hat man echt viele Nebeninfos. Okay, wie sieht es hier aus? Der ist schon wieder durch. Dann bringe ich wieder Grafit hier. Aber läuft doch. Super, eigentlich. So. Okay, dann kam ich die acht Grafit. Ähm. Da brauche ich... Zwei Teamwaren und noch einmal mehr. Da haben wir einmal mit Wasser, eine mit Lava. Ich weiß schon, ich kriege hier beides gleich. Ähm. Wir haben nämlich hier komischerweise Wasser drin. Und hier Lava. So. Und wir nach Hause. Jum. Oh, zack. Ähm. Gut. Okay. Besser mit Lava weglegen. Ich muss da hier noch das Haus in Brand setzen, weil ich mit Lava flute. Okay. Okay. Oh nein. Es wird mit Lied gemacht. Okay. Ich sehe gerade, wir hätten gar nicht so viel gebraucht. Gibt mir nur zwei. Okay. Das ist gar nicht so schlimm, das Rezept. Okay. Grafit. Genau. Jetzt nehmen wir gleich zwei von den Dinger. Okay. Dann, ähm. Was macht hier? Tin. Wir haben noch zehn irgendwo hier. Eins, zwei. So, okay. Also dann, die Scheiben wahrscheinlich. So, Kakao mehr. Äh, okay. Dann dauern sie rum. Wie so oft. Dann der Wassereimer und der Eimer. Da gibt es zwei? Was ist das für ein bescheuertes Rezept? Wieso kriege ich denn zwei? Was ist das für ein bescheuertes Rezept? Das heißt, das ist ein bescheuertes Rezept. Ähm. Nicht so. Das heißt, das ist ein bescheuertes Rezept. Okay. Hätten wir schon mal an pro Coverstone Pro Generator. Wieso müssen wir jetzt auch immer zwei haben? Das ist vorher. Okay. Rezeptieren, die wir brauchen. So. Gut. Vor allem, der macht das jetzt automatisch, ne? Wahrscheinlich kann ich dann noch ein Pulsier noch bauen. Im Endeffekt dann. Jo. Haben doch mal. Etwas gemacht. Ähm. Mal kurz schauen. Kann mir einen Redstone Ofen bauen? Redstone. Furnace. Irgend so was ähnliches. Gibt es den? Den gibt es da. Das ist immer echt cool. Weil ich müsste mir mal schauen, dass wir jetzt irgendwie, gibt es einen Harvester. Gibt es gerade schon, aber der ist ein bisschen teuer noch für uns. Was? Irgendwie Harvester? Wat? Da ist der Farmer. Da ist Farmer. Okay. Aber das ist mit diesen komischen Nordic Sachen da. Da ist der Farmer. Ähm. Du bist nicht zuerst. Moment mal. Da machen wir zuerst. Ähm. Ich muss so schauen, so. Ähm. Ja. Ich überlege, wie es irgendwie heißt, wo das macht. Atomische Rekonstruktionen. Atomische Rekonstruktionen. Für das brauchen wir nur ein bisschen Iron Case. Black Quartz. Black Quartz haben wir sogar. Wir haben Black Quartz. Gut schauen. Habe ich schon gefunden. Die Frage ist, wie kriege ich das da raus? Also nach Brennen haben wir dann Black Quartz. Bei White. Moment. Vielleicht können wir dann Fehler machen. Ähm. Crafting. Wenn wir das. Brennen kriegen wir einen raus. Wenn wir aber das. Ähm. Provisieren. Gibt es zwei raus. Ha. Hätte doch einen Fehler gemacht. Ich wusste es doch. Okay. Abbereihung und Provisieren. Da gibt es zwei. Und 26. Sehr schön. Okay. Moment mal. Wir brauchen doch gar nichts raus. Oder? Scheiße. Atomische. Black Quartz. Du точelle, wie발? Du viel. T màuerung. Nie wir Perfect. Aus hautstätigen. Pues gleich Position. Was ist denn das für ein Zigaret hier? Das Flux Anno Deezer. Flux Anno Deezer. Er ist beim Osttum Funes noch eine Updating wounded. Kunde ich Ausein 2. Waren wir doch im Osttum Funes noch. Warte mal, was ist denn der Update drin? Ja gut, dann muss ich doch noch verbeißen, einfach nur brennen, ich brauche nur eine Nummer vorerst, so, dann soll dann Black Quartz rauskommen, genau, ok, gut, aber was machen wir nicht mit dieser Folge, ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und wahrscheinlich werde ich bis dann wieder ein bisschen weiter ausgebaut haben, aber na gut, Gerät schaffen werde ich mich jetzt nicht mehr machen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen, die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter mit deinem Abo, verpasst hier keine weitere Folge, bis zum nächsten Mal.